Ja, wenn du mich fragst, ob ich über Nacht einen großen Patzen Geld nehmen würde oder einen kleineren Betrag, aber dafür jeden Monat und das bis zum Lebensende, dann würde ich natürlich den kleineren Betrag bis zum Ende meines Daseins nehmen. Dann habe ich vielleicht nicht kurzfristig so diesen Saus und Braus, aber ich habe immer ein wenig Geld auf dem Konto. Und genau das ist der Grund, warum ich Dividende und die Kleinausschüttung so liebe. Jeden Tag ein wenig Cash, füllt auch die Tasche, um das mal so auszudrücken. Und jetzt ist was ganz Tolles passiert und zwar der erste Abonnent hat mir einen Brief geschrieben, okay, es war eine E-Mail und hat mir seine Dividendenstrategie vorgestellt. Und das ist das Gegenteil von der Core Satellite Strategie, aber mit so ein bisschen Grips. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich die Strategie verstanden habe. Und wenn ich die nicht mit erteile, dann wäre das nicht so richtig fair. Und somit gibt es heute mal wieder ein besonderes Video zum Thema Dividende bis zum Lebensende. Ich kann ja mal das initiale Video hier verlinken. Und ich stelle dir nämlich die Strategie von Micha vor, zeige dir meine Vorgehensweise, wenn es darum geht, Dividendenaktien zu finden oder sich dafür zu entscheiden. Und natürlich bringe ich dir auch mal die einfachste Dividendenstrategie mit. Also wenn du wissen willst, wie die Satellite Core Strategie funktioniert, was Herkules mit Dividenden zu tun hat oder ob es einen neuen Top-Kandidaten in unserem Scoreboard gibt, dann würde ich sagen, schnappe dir eine Pfefferminzmilch und nach dem Intro geht es direkt los. Ja, herzlich willkommen zurück. Und wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, ich sage mal so Themen, die so Cash in den Tisch bringen, wenn das genau ein Ding ist oder du auch in Zukunft handgezimmerten Finanzcontent haben möchtest, dann, falls es nicht schon geschehen, lass ein Abo da und ich starte heute mal mit einem Zitat. Das mache ich eigentlich selten, aber das passt heute sehr gut rein und zwar, das ist von Benjamin Franklin und ich lese es mal vor. Das lautet, hüte dich vor kleinen Ausgaben, ein kleines Leck kann auch ein großes Schiff zum Sinken bringen. Also es hat schon mal voll Sinn, das Zitat und ich bin aber so gerne jemand, der etwas umdreht und ich drehe das einfach mal um. Hüte dich nicht vor kleinen Einnahmen, sie können auf lange Zeit ein Schiff bauen. Und umgekehrt geht es nämlich genauso und das beschreibt so ein bisschen die Dividendenstrategie. Und ich kann mich noch erinnern, damals, als ich die ersten, ich sage mal, oder den ersten Leuten erzählt habe, wie das funktioniert mit Dividenden und dass ich da schon 3, 4, 5, 6 Euro eingenommen habe, dann haben sie mich damals so richtig belächelt. So wenig Geld, das lohnt sich doch nicht und so weiter und so fort. Aber mit der Zeit haben sie dann mitbekommen, ja, dass das Ganze funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen, Dividende sind wie so eine kleine Krankheit, die sind auch so ein bisschen ansteckender. Und ich konnte dabei schon viele Menschen überzeugen, ich sage mal, mit Dividenden oder mit den Investieren anzufangen. Und bis jetzt, bin ich ganz ehrlich, jeden, den ich so ein bisschen überzeugt habe oder finanziell, technisch oder finanztechnisch weitergebracht habe, hat noch keiner gesagt, Krösche an, das ist Mist, das funktioniert nicht. Im Gegenteil, einige haben sich schon so eine kleine Rente aufgebaut, also da kommen monatlich die Dividendenzahlung doch als Cash in a Tash. Und oftmals, und daran denken die meisten gar nicht, die auf Dividendenstrategie gehen, auf lange Sicht hat man da noch Kursgewinne dazu. Und das ist so eine Art perfekte Kombination. Auf der einen Seite hat man ein passives Einkommen, um das mal so auszudrücken, und auf der anderen Seite hat man doch ein Vermögen, was dann Stück für Stück steigt. Wichtig dabei ist nur, dass man am Ende eine Strategie hat und nicht so, ich sage mal, wahllos Aktien kauft oder, ich sage mal, nicht so einen groben Vorplan hat. Und heute gibt es mal ein kompaktes Video und ich versuche es heute auch mal kompakt zu halten, also mal nicht 30 Minuten, sondern vielleicht nur 10, 15 Minuten zum Thema Dividendenstrategien. Und da habe ich wieder was vorbereitet und es geht natürlich wieder an den Bildschirm. Und wir sehen uns wieder direkt in einer Präsentation und was die Agenda heute, also als erstes nochmal die Frage beantwortet, warum bin ich so ein Dividendenfetischist? Das erkläre ich immer sehr gerne. Und ja, das ist für mich wichtig, dass das auch jeder nachvollziehen kann, weil manchmal kommt ihr in den Kommentaren, macht doch T-Saurierende. Aber nee, ich bin kein Saurierer, ich bin eine Dividenden-Auszahlungsfetischist, um das mal so auszudrücken. Dann gehen wir mal in die Strategie von Michael S. Und das ist eine ganz besondere Strategie. Also so habe ich es auch noch nicht gesehen, das Thema. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar schreiben, ob das jemand von euch auch schon so macht oder ob das für euch neu ist. Das würde mich mal interessieren. Und dann schauen wir uns mal den Herkules an, also Herkules-Kapital im Quick-Check, um das mal so auszudrücken. Dann schauen wir mal, ob vielleicht Herkules-Kapital vielleicht die neue Nummer 1 ist. Und ich kann ja sagen, das ist ein ganz heißer Kandidat. Dann schauen wir uns mal meine Strategie an. Es ist eine Freestyle-Strategie, aber sie hat sich mittlerweile auch gut gemausert. Dann schauen wir uns mal meine drei Top-Monatszahler an. Und wie, ich sag mal, finden die sich in den Top 20 im Trader-Fox-Scoring wieder? Und dann zum Schluss schauen wir uns die einfachste Strategie für Dividende an. Und dann kommt noch die Frage, hast du eine Strategie, die du gerne vorstellen möchtest? Ja, und dann lass uns direkt doch mal mit der Frage beginnen, warum eigentlich Dividende? Und ich kann dir gestehen, diese regelmäßigen und sichtbaren Ausschüttungen, die motivieren mich ungemein. Also ich hatte vor ganz, ganz langer Zeit auch mal ein, zwei Thesaurierer im Depot, um das mal so auszudrücken. Und das war irgendwie so, da hat man nicht geguckt, da hat man keine regelmäßigen Zahlungen aus Verrechnungskonto bekommen. Und wenn ich jetzt jeden zweiten oder dritten Tag immer kleinere Beträge zwischen 5 und sagen wir mal 30 Euro bekomme, das motiviert mich. Und seitdem ich das bekomme, bin ich auch motiviert dran zu bleiben. Und seitdem kann ich die Finger von Dividenden nicht mehr lassen. Und das ist natürlich auch schön. Ein weiterer Vorteil ist kein Trash mit der Vorabbauschale. Dann ist es auch kein aktives Verkaufen nötig, um ein bisschen Cash in den Tisch zu bekommen. Also wenn man dann, ich sag mal, eine Weile an der Strategie dran ist, an der Dividendenstrategie, und wie ich vielleicht schon 5 bis 10 Jahre dabei ist und man jeden Monat so 400 oder 500 Euro bekommt, dann hat man den Cash in den Tisch und kann den auch für was anderes verwenden. Also man kann den Cash zum Verleben verwenden oder dann auch, um andere Investitionen zu realisieren, zum Beispiel P2P-Kredite oder Krypto. Also wer jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren mit der Dividendenstrategie angefangen hat und die Dividenden, die dann ausgeschüttet wurden, in Kryptowährungen gesteckt hat, der dürfte sich jetzt natürlich auf jeden Fall freuen. Ja, und die Dividende ermöglichen eine Live-Rente. Also Live-Rente heißt ganz einfach, es kommen doch regelmäßige Zahlungen, die man doch mit einer gewissen Sicherheit, klar gibt es da Schwankungen, aber einplanen kann. Und wenn man dann erstmal an dem Punkt ist, dass man jeden Monat 1000 Euro Dividende bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das später in der Rente auch so ist. Und dann hat man jetzt aber schon live so das Gefühl, was kriegt man als Rente. Ja, und jetzt lasst uns mal direkt zur Strategie von Micha S. kommen. Und ich muss ehrlich gestehen, das ist selten, dass mir jemand so eine lange, ich sag mal, Mail schreibt mit einer Strategie, wo wirklich erklärt ist, wie gehe ich im Detail vor. Und nachdem ich die Mail gelesen hatte, am Anfang war es sehr viel, habe ich dann festgestellt, das ist gar nicht so kompliziert. Und wie macht es der Micha? Und der Micha macht es erstmal umgekehrt von dem, was alle Finanz-Influencer oder Finfluencer raten. Also er ist so ein bisschen antizyklisch unterwegs. Und er kauft sozusagen Aktien mit hoher Ausschüttung. Also mindestens vier, am besten in Richtung 10 Prozent. Und das mit einem Kaufwert von 4.000 bis 10.000 Euro. Und dabei ist er sich im vollsten bewusst, ich sag mal, dass wenn er, ich sag mal, Dividendenaktien kauft mit einer hohen Ausschüttung, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, je höher die Ausschüttung, desto, ich sag mal, unsicherer ist der Wert selber. Und desto, ich sag mal, unwahrscheinlicher bewegt sich der Kurs nach oben. Eher sind es dann gleichbleibende Kurse. Und man nimmt nur die Ausschüttung mit. Gleichzeitig ist er aber ganz clever und kauft noch eine Tranche 1.000 bis 2.000 Euro im Blue Chip. Also alte gestandene Werte, wie zum Beispiel Home Depot, keine Ahnung, Microsoft, was man alles hat, wo auch gut und sicher und schon jahrelang Dividende gezahlt werden. Und dann ist aber folgende Strategie. Nachdem er das dann gekauft hat, hat er ja quasi einen Teil, der, ich sag mal, gut Dividende zahlt, der aber nicht so sicher ist und einen kleineren Teil, der, ich sag mal, sichere Dividende zahlt oder gut Dividende zahlt, aber auch sicher ist. Und dabei wird die, ich sag mal, unsichere Aktie, um das mal so zu sagen, also die mit den hohen Dividendenausschüttung, wird dann nicht weiter ausgebaut. Also dabei bleibt es dann. Aber die Dividende, die da ausgeschüttet werden, werden dann wieder in sichere Werte, ja, in Blue Chips investiert. Und ich komme mal auf die nächste Slide. Und da hast du nämlich einen Vorteil. Und zwar, du hast ein relativ schnelles Wachstum im Depotwert und das Ganze in Richtung von Stabilität und Sicherheit. Um es mal ganz einfach auszudrücken, ist es so, diese Grundstrategie ist erstmal relativ mutig, relativ unsicher. Aber je länger die Strategie läuft, desto mehr verschiebt sich das Ganze in die Sicherheit. Und das ist natürlich eine super Strategie, besonders dann an der Stelle, wenn du vielleicht noch jung bist und ein paar Jahre vor dir hast, weil das ist ja so der allgemeine Tenor, je jünger man ist, desto risikoreicher kann man unterwegs sein. Und in dem Fall ist es wirklich so, man hat einen sicheren Chor, so schreibt Micha, wo es anfangs, ich sag mal, mit 10% Sicherheit, ich sag mal, sind gute Werte drin oder gute Aktien, die, ich sag mal, stabil sind. Und die Satelliten, also die mit den hohen Dividendenausschüttungen, die so ein bisschen unsicher sind, sind, ich sag mal, anfangs vielleicht doch 90%. Aber mit der Zeit verschiebt sich das Ganze in die Sicherheit und der reale Depotwert wächst aber schnell. Also das ist mal eine Möglichkeit zu investieren, die auf ihre Art und Weise auch sehr clever ist. Und wie kam Micha da drauf? Und ich hab's mal als Zitat auch hier geschrieben. Im Prinzip hat er diese Strategie auch schon bei seinen Mietshäusern durchgeführt. Anfangs ein billiges Haus gekauft, ich sag mal, mit höheren Renditen in C-Lagen, schnell abgezahlt und in den nächsten Jahren ist er in B-Lagen gegangen und in A-Lagen. Und so hat er, ich sag mal, von schlechteren Lagen mit hohem Risiko, aber ordentlicher Rendite hat er es dann verkauft und ist dann über die Zeit in die A-Lagen gewechselt. Also, sagen wir mal, von der Quantität und von der Unsicherheit in die Qualität und in die Sicherheit. Und ehrlich gesagt finde ich diesen Ansatz sehr smart. Und wenn ich jetzt ein paar Jahre jünger wäre, also so 20 Jahre jünger, dann würde ich sagen, Mensch, Micha, deine Strategie ist auch recht cool, die würde ich gerne adaptieren. Und der Micha hat in seiner Medien mir noch einen Wert genannt und zwar folgenden Wert. Und zwar Herkules Capital Inc. Also Herkules Capital, das ist eine Aktie, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Und da sehe ich aber schon eine Sache und zwar die erwarteten Dividenden in diesem Jahr sind bei 9,15%. Und wenn 9,15% angezeigt werden, da schlackert natürlich schon mal ein Dividendenherz. Und ich habe dann erstmal geguckt, was macht Herkules Capital und ich habe es dir hier unten nochmal reinkopiert. Und zwar ist ein spezialisiertes Finanzunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für andere Unternehmen. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Und wenn ich jetzt bei TraderFox ins Scoreboard gucke, dann ist im Bereich Dividende eine 12 von 15 angezeigt. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Du siehst ja auch die anderen qualitativen Werte, die da angegeben werden. Also diese Dividendenkontinuität, 12 Jahre Dividendenstetigkeit, 100% in den letzten 10 Jahren. Also das macht schon mal, ich sage mal, einen guten Eindruck. Trotz alledem mit den hohen Ausschüttungen kannst du halt nicht so hohe Kursgewinne erwarten. Aber hast zum Beispiel eine Investition, die dir doch einen regelmäßigen und hohen Cashflow bietet. Und diesen Cashflow investiert Micha dann, ich sage mal, in sichere Blue Chips. Also eine tolle Strategie, finde ich gut. Und wenn Herkules Capital schon so einen hohen Dividenden-Score hat und so hohe, ich sage mal, Prozente gibt am Ende des Jahres, dann ist er doch bestimmt im Scoreboard sehr gut vertreten. Und da können wir jetzt mal reingehen. Und da kam auf einmal, mit meinem, ich sage mal, TraderFox-Scoring-System, was ich so ein bisschen mit TraderFox und mit meinen Gleichungen, ich sage mal, kreiert habe, ist er tatsächlich oder ist Herkules Capital an die erste Stelle gesprungen mit 3,41 Punkte im Totalscore und mit einer Dividende erwartet dieses Jahr von 9,21 Prozent. Also das ist schon mal eine schöne Sache. Also wenn du viel Cash und eine Tash passiv haben möchtest, ist das eine Sache, die kannst du dir gut angucken. Ich muss wie immer dazu sagen, keine Anlageberatung. Also wenn du jetzt kaufst, passiert das auf eigenes Risiko. Aber das ist schon mal eine gute Inspiration. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Micha, ich sage mal, seine Dividenden-Strategie schickt, wie ist denn meine Dividenden-Strategie? Seit Jahren bin ich da am Umbasteln. Und ich habe das mal versucht, so ein bisschen zusammenzutragen, dass du sagst, Mensch, ah, so geht der Christian vor. Und da kümmern wir mal auf die nächste Slide. Und zwar, wie ist meine Strategie oder an der Stelle, habe ich gesagt, Taktik. Also Strategie möchte ich es gar nicht nennen, es ist eher eine Taktik. Und wie gehe ich selber, ich sage mal, mit meinen Dividenden-Fetisch um, um das mal so auszudrücken. Und zwar, grundlegend bevorzuge ich Aktien mit hohen Ausschüttungen. Also ab 4 oder 5 Prozent, das ist eine wichtige Sache. Oder auch, ich sage mal, ETFs mit einer Dividenden-Strategie. Also das ist erst mal so mein Fokus, da schaue ich drauf. Und als kleine Beimischung, und das ist was Besonderes, trotzdem, dass ich ein Dividenden-Fetischist bin, sage ich jetzt mal, habe ich dann noch, ich sage mal, Wachstumsaktien, die vielleicht auch risikoreicher sind im Depot, wie zum Beispiel Coinbase, Amazon, Meta, Airbnb und Pinterest. Und bei den Wachstumswerten achte ich natürlich darauf, wie entwickeln die sich. Und ich muss ehrlich gestehen, das ist schon das eine oder andere Mal passiert, dass sie dann über die 100 Prozent, also quasi ein Verdoppler, im Depot waren. Und dann wird die Hälfte, ich sage mal, verkauft, sodass ich quasi den Erlös rausgezogen habe, den ich investiert habe in die Werte. Und die Gewinne werden dann in Risiko getauscht. Also angenommen, ich habe jetzt eine Pinterest-Aktie und die verdoppelt sich. Dann ziehe ich als allererstes, wenn die sich verdoppelt hat, den Einstiegswert raus und investiere den in einer Dividenden-Aktie. Und dabei kann ich dann auch ein bisschen risikoreich vorgehen. Das heißt ganz einfach, ich investiere ja wirklich Gewinne und die Gewinne werden dann in Risiko getauscht. Also da kann es durchaus mal sein, dass ich zum Beispiel nach einer Verdoppelung von Pinterest den Wert nehme und das in, ich sage mal, eine Hochdividenden-Aktie stecke, die dann in Zukunft auch viele Dividenden auszahlt. Und regelmäßig, das ist auch eine Sache, werden die Dividendenwerte gecheckt, ob vielleicht ein Verkauf und ein Neukauf eines anderen Wertes die Ausschüttung erhöhen kann. Da kann ich dir mal das Video oben verlinken. Im Grunde genommen ist das so ein bisschen Ausbalancieren von Dividendenwerten auch eine sehr interessante Sache. Da habe ich dann über die letzten, ich sage mal, Monate oder Jahre dann schon durch Verkäufe und Neukäufe dafür gesorgt, dass, ich sage mal, die Ausschüttung der Dividende sich deutlich erhöht haben. Was ich gerne mache und das gebe ich ehrlich zu, ist, mein Fokus ist auf Monatszahler. Also ich liebe Monatszahler. Also sowas wie Realty-Income sind Top-Aktien und ich liebe es, diese Monatszahler im Depot zu haben, weil die, wie habe ich es ja geschrieben, kletten so ein bisschen den Cashflow. Da weiß ich jeden Monat, was schon mal reinkommt, wenn sie jetzt die Dividende nicht erhöhen oder senken. Und wenn ich neue Werte kaufe, dann ist es meistens so, dass ich mir meinen Depotwert anschaue. Meinetwegen, wenn ich jetzt 100.000 Euro Depotwert hätte, dann ist es so, 2% des Depotwertes wird in den neuen Wert investiert. Das heißt, ich gehe mit 2.000 Euro in einen komplett neuen Wert rein. Denn meistens mache ich das, ich sage mal, als Sparplan, dass ich das Risiko über das Jahr verteile und nicht vielleicht durch den Mittelwertseffekt noch ein bisschen was mitnehme. Und wie finde ich die Dividenden-Aktien? Und das habe ich, glaube ich, schon oft genug gezeigt. Ich gehe ins Traderfox-Aktienterminal, gucke ganz einfach, welche Scores haben sie in der Qualität, in der Robustheit bei den Dividenden. Und wenn mir das Ganze gefällt und der Score hoch genug ist, dann ist es so, dann entscheide ich mich für die Aktie und spare mir so ein bisschen die Zeit, das Ganze ewig zu analysieren. Weil ich habe festgestellt, wenn die, ich sage mal, Werte im Traderfox-Aktien-Scoreboard oder Traderfox-Aktienterminal hoch sind insgesamt, dann performen die Aktien, ich sage mal, vom Kurs her gut und auch von den Dividenden. Und deswegen nehme ich immer diese Abkürzung. Ja, dann lassen wir uns mal weiterschauen und ich zeige dir mal meine Top-3-Monatszahler. Also Top-3-Monatszahler sind wirklich die, ich liebe die. Sie haben vielleicht ein etwas höheres Risiko an manchen Stellen, aber wenn du jetzt zum Beispiel wie Glatzo und Capital mit 9,88% aufs Jahr gesehen, dann hast du schon 10%, das ist eine ganze Menge. Das heißt ganz einfach, wenn du 1.000 Euro investierst, hast du nach einem Jahr schon fast 100 Euro zurückbekommen. Das gleiche bei Mainstreet-Kapital, da sind es 8,33% und bei Realty-Income ist es wirklich so, das ist nicht ganz so viel, aber dafür ist es, ich sage mal, eine größere Aktie, um es mal so auszudrücken. Also die Marktkapitalisierung ist größer, sind es 5,78%. Wenn du nur diese drei Aktien siehst, dann siehst du, dass du natürlich damit auch den aktuellen Zins deutlich schlagen kannst und das sind auch Aktien, die habe ich schon seit mehreren Jahren im Depot und ich gebe ehrlich zu, so diese Monatszahler wie zum Beispiel Mainstreet-Kapital oder Realty-Income, habe ich am Anfang in kleinen Tranchen nur gekauft, um ein bisschen Gaudi im Depot zu haben. Das heißt, um einfach einen monatlichen Zahler zu haben. Ich habe damals vor vielen, vielen Jahren gar nicht gewusst, wie machtvoll diese Kombination sein kann oder welche Unternehmen da in Wirklichkeit dahinter stecken. Ich habe einfach nach den Dividenden geschaut, habe geschaut monatlich und habe die gekauft. Also damals bin ich sehr fahrlässig vorgegangen, muss man so auszudrücken. Und jetzt ist die Frage, Mensch, wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben einen neuen Top 1 im Scoreboard. Wie behaupten sich denn meine drei Lieblingsmonatszahler? Und da gehen wir mal weiter und hier siehst du, ich habe die noch nie analysiert gehabt, aber im Grunde genommen die drei Zahler, so Kletzung-Kapital, Mainstreet-Kapital, Herkules-Kapital, dann haben wir noch Innovative Industrial Properties und Realty-Income. Das sind die, wenn ich sozusagen mein Scoring-System nehme, also die ganzen Scores vom Trader-Fox-Aktienterminal multipliziert mit den Dividendenrenditen, sind das die Top-Dividendenwerte. Also wenn du jetzt eine Aktie suchst mit einer relativ hohen Dividendenzahlung und dir am klaren bist, dass da keine großartigen Kursanstiege sind und dass du ein gewisses, ich sage mal, moderates Risiko eingehst, dann sind die Top-5 natürlich gute Kandidaten, weil wenn du die so nimmst mit 9,88%, 8,33%, 9,1%, 20% oder 7,83% oder vielleicht auch mit 5,78%, da hat man natürlich eine ganz schöne Menge an Ausschüttungen. Ich sage mal, so über den Daumen gepeilt liegen wir vielleicht bei 8-9% und wenn du dann, ich sage mal, nur ein Depot hast von 100.000 Euro und bist so mutig und investierst das in diese Werte, dann hast du natürlich am Ende des Jahres so 8-10.000 Euro Dividende und das ist mal eine ganze Menge. Auf jeden Fall haben wir jetzt neue Top-Kandidaten in den Top 5 und vielleicht ist das ja auch mal eine schöne Inspiration. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber einfach mal schauen, was steckt hinter dem Unternehmen und kann ich das vielleicht als Beimischung nehmen. Ja, nachdem wir jetzt doch recht risikoreich unterwegs waren, möchte ich dir noch die einfachste, ich sage mal, Dividendenstrategie mit auf den Weg geben und das ist für mich, ich sage mal, in einen weltweiten Dividenden-ETF zu investieren und diesen regelmäßig zu besparen. Also wenn du zum Beispiel den Venga FTSE All Word High Dividend Yield nimmst, an der Stelle ist einer von vielen, möchte ich jetzt sagen, dann hast du, ich sage mal, einen ETF, der dir, ich sage mal, doch einige Ausschüttungsrendite zahlt und zwar siehst du auf der rechten Seite, die liegt so ungefähr bei 3,5%. Also da investierst du mit einem, ich sage mal, mit dem Kauf eines Anteils in viele Dividendenunternehmen und gleichzeitig, das siehst du auf der linken Seite, hast du doch eine recht gute Kurssteigerung an der Stelle und das heißt ganz einfach, im letzten Jahr waren es 6,33% oder auf die letzten drei Jahre waren es über 30%. Also da hast du sozusagen Kurssteigerung und Dividendenausschüttung in einem guten Verhältnis. Das Ganze als ETF, ETF heißt ganz einfach, da hast du viele Unternehmen drin und das hat dann doch nicht so ein hohes Risiko, aber doch eine viel bessere Sicherheit und wenn du jetzt risikoreicher unterwegs sein willst, dann empfehle ich immer meinen iShare Global Select Dividend 100. Der hat ein bisschen höheres Risiko, da sind auch die Kurssteigerungen nicht so, aber der hat eine prognostizierte Ausschüttungsquote oder die letzte Ausschüttungsquote war bei 6,21%. Ich sage mal, und das ist auch eine ganze Menge, das heißt auf 1000 Euro gibt es dann schon, ja, über 60 Euro Dividende und das ist natürlich auch eine schöne Sache und wenn du jetzt einsteigst und sagst, Moment, ich möchte Dividende absahen, aber das Risiko ist mir zu hoch, dann vielleicht doch über ein ETF versuchen und wenn der ein gewisses Kapital aufgebaut hat, also der Core, dann kannst du dir noch den einen oder anderen Aktienwert dazukaufen, also die Satellite und dann wärst du wieder bei der Core Satellite Strategie, also das Gegenteil von dem, was mich ja mitgebracht hat. Ja, und das war ein dynamisches Video zum Thema Dividenden mit einer Strategie, die nicht von mir kommt, mit meiner Strategie und einer Einbahnstrategie. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du jetzt selber sagst, Mensch, ich habe auch eine Strategie, die ist ganz anders oder ich empfehle so oder so vorzugehen, dann unbedingt in den Kommentar oder schreib mir gerne eine Mail. Wenn wir vielleicht noch ein oder zwei Strategien zusammenbekommen, dann mache ich daraus sehr gerne ein Video. Ja, wenn man mehrere Strategien zur Auswahl hat, dann findet vielleicht jeder seine passende Strategie und das ist ein wichtiger Punkt und das möchte ich zum Schluss noch sagen, du kannst noch so viel Strategie abgucken oder Taktiken abgucken. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, also wirklich wohlfühlst, dann wird das nicht von Erfolg gekrönt sein, aber du kannst natürlich überall ein bisschen rauspicken und deine eigene Strategie machen und die wird dann vielleicht auch erfolgreich, wenn es wirklich eine Strategie ist und nicht nur so eine freie Strategie, wie ich sie am Anfang meiner Investitionskarriere hatte. Genug gesammelt, ich hoffe, das Video ist nicht zu lang. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, ciao. Ja, und heute zum Schluss muss ich dir gestehen, dass ich mal wieder fremdgegangen bin, vielleicht nicht so wie du es denkst, aber ich war wieder mal auf einem anderen YouTube-Kanal unterwegs und zwar bei der Rena, bei der Schatzmeisterin war ich wieder zu Besuch und sie hat mich vor einigen Wochen interviewt und da kam ein wirklich sehr schönes Interview raus und in dem Interview ging es um Tiny House, wie koche ich im Tiny House, wie verhalte ich mich im Café, also mal so ein bisschen andere Themen als die finanziellen Themen und ich verlinke es dir mal hier oben und wenn du mal so ein bisschen Tiny und ein paar Leckereien und so ein paar andere Ansichten von mir sehen möchtest, dann kannst du dich da reinklicken und mich und die Rena unterstützen und ich glaube, das war es jetzt für dieses Mal, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao.